So Freunde, jetzt gibt es hier zu später Stunde noch mein Analysevideo zum Spiel gegen St. Pauli 1-2 verloren. Klingt relativ knapp, war aber schon deutlich am Ende und auch verdient diese Niederlage. Jetzt gibt es hier wie immer mein Analysevideo und meine Spielernoten aus meiner persönlichen Stadionsicht. Ich habe mir jetzt einmal die Highlights reingezogen, aber es ist natürlich immer noch was anderes als vor den TV-Geräten. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Also erstmal liebe, liebe Grüße an alle, die heute nochmal beim Europa Center waren, beim Fanshop, die ich dort getroffen habe. Und auch an alle, die ich vor dem Stadion noch getroffen habe, waren wieder tolle Gespräche. Ich habe mir viel, viel Spaß gemacht und man hat einfach gemerkt, dass bei Hertha da was zusammenwächst. Ein bisschen wie bei meinem persönlichen ersten Abstieg 2010, nach dieser Fast-Meistersaison, hat man das Gefühl, dass jetzt Hertha richtig zusammenwächst. Und jetzt, ja, auch alle, die es mit Hertha halten, noch enger zusammenstehen und sich auch identifizieren können mit der Mannschaft. Es waren wirklich tolle Gespräche, hat mir viel Spaß gemacht. Ich bin seit drei Wochen auf dieses Spiel gehypt gewesen. St. Pauli natürlich eine super Mannschaft, vor allem aber auch super trainiert, muss man ganz ehrlich sagen. Da kommen wir später auch nochmal zu, zur taktischen Ausrichtung von Fabi Hürzler. Ja, seit drei Wochen heiß gewesen. Erstes Flutlichtspiel zu Hause um 20.30 Uhr am Samstagabend als Topspiel gegen St. Pauli, die auch oben mitmischen, bisher ungeschlagen waren, jetzt auch weiterhin ungeschlagen sind. Also ich habe mich ultra drauf gefreut, war mega heiß, wusste aber auch darum, wie schwer es gegen St. Pauli wird. Da haben wir auch erst vier Gegentore kassiert. Ja, und dann waren wir im Stadion, ungefähr 60.000 haben wir erwartet, ungefähr 10.000 bis 15.000 Auswärtsfans konnte man erwarten. So ungefähr kam es auch. Und da muss ich auch erstmal nochmal erwähnen, dass Prinz Boateng verabschiedet wurde. Das war auch sehr emotional, muss ich sagen. Man hat es auf den Stadionleidenwänden gesehen. Er, ja, wie soll man das beschreiben, aber irgendwie hat man ihn angesehen. Er hat ja auch selber dann gesagt, ich wollte nicht weinen, bringt mich nicht zum Weinen, aber man hat es ihm angesehen. Er hat mit seinem Mund immer so ein bisschen rumgemacht, hat ein bisschen auf den Boden geguckt und hat ihm angemerkt, dass es ihm nahe ging. War eine richtig tolle Verabschiedung, fand ich, vor der Ostkurve. Hat sich dann auch nochmal verabschiedet, hat ein paar Sprechchöre bekommen. Also danke für die Karriere, die du bei uns gestartet hast. Damals ja auch, wenn ich jetzt nochmal ein bisschen in Nostalgie schwelgen darf, ich bin da richtig krasser Hertha-Fan geworden. Ich war da schon Hertha-Fan, aber ich konnte mich einfach mega identifizieren. Da war De Jaga, da waren die Boateng-Brüder, da war Ebert, da war Malik Fati, Sofjan Schahit, ach so viele dabei. Deswegen tolle Karriere gemacht am Ende. Zu kurz für meine Begriffe bei uns, aber eine tolle Karriere hingelegt. Und auch damals ja schon als eins der größten Talente im deutschen Fußball bezeichnet, auch nicht zu Unrecht. War ein sehr, sehr schöner Abschied. Und dann ging es richtig los. Das hatten wir ja schon mal, ich weiß gar nicht mehr, war es gegen Bochum oder so, letzte Saison in irgendeinem Entscheidungsspiel. Ich glaube gegen Bochum oder ein Spiel davor, ich weiß es gar nicht mehr. Unser Vorsänger, unser Kapo Kreisel bekommt das Stadion-Mikrofon. Wir hatten ja auch diese Nachricht gesehen, ein Traum von Hertha wäre es, wenn irgendwann sich mal alle einhaken im Stadion, unser Ritual vor dem Spiel. Und ja, hat dann auch zu allen Hertha-Fans gesprochen über das Stadion-Mikrofon. Und war ganz, ganz toll, hat mir also übelste Gänsehaut eingejagt und auch übelste Feelings gegeben von Hertha damals in der, was war denn das? War das noch UEFA Cup oder Europa League gegen Galatasaray, wo man gefühlt ein Auswärtsspiel hatte, wo dann wirklich mal alle mitgemacht haben. Ich weiß noch, damals Milan Barosch mit dem Tor 1 zu 0 verloren, aber das ist ein anderes Thema, Exkurs und ja, der ist überall rumgegangen vor der Gegentribüne. Man hat ihn überall im Stadion gesehen und gehört, alle einhaken und das war wirklich ein Traum, muss ich wirklich sagen. Das würde ich mir öfter wünschen, natürlich nutze ich irgendwann sowas auch ab, aber das war wirklich toll. Natürlich war es klar, dass sich das nicht über das gesamte Spiel durchzieht, aber vor dem Spiel alle einhaken und das ging wirklich. Also vielleicht hat ja irgendjemand davon Videos gemacht, es muss unfassbar geil ausgesehen haben. Ich hoffe, HerthaTV hat davon Videos gemacht. Also das ging wirklich, es ist ja sonst schon geil. Du hast die Ostkurve, du hast den Oberring, du hast die Außenblöcke und diesmal auch noch Gegentribüne mitgemacht. Oberring, Gegentribüne, ein paar Leute auch auf der Haupttribüne, Haupttribüne Oberring mitgemacht. Unfassbar geil und auch so spielwürdig. Es waren am Ende 66.000 Zuschauer, also nur dieser eine Bereich wurde nicht aufgemacht. Haupttribüne links neben den Pauli-Fans im Oberring. Richtig geile Atmosphäre, Flutlichtspiel. Und wir kennen es ja, Flutlichtspiel, Hertha, alles ist angerichtet. Meistens läuft das nicht so gut und so war es auch heute. Ja, war alles angerichtet, war eine super Stimmung. Aber man muss sagen, wenn man sich die ersten 15 Minuten angeguckt hat, war es auch schon klar, das wird heute ein bisschen Rasenschach. So ungefähr kam es einem vor. St. Pauli genau mit den Stärken, die man kannte. Ballbesitz, Fußball, guter Kombinationsfußball, eine sehr gute Passquote. Und unfassbar, wie soll man das sagen, dynamisch auch im Positionsspiel. Gerade vorne die drei, Saad, Eggestein und Afolajan, immer wieder sehr dynamisch. Aber wie man es auch kennt, ziehen rüber, ziehen da rüber. Eggestein lässt sich fallen, klatsch, klatsch, klatsch. Herzl sehr stark im Mittelfeld, unfassbar schwer zu verteidigen. Und wir hatten ja gegen Holstein Kiel schon die Problematik, dass nach dem Wechsel, wo Kiel dann umgestellt hatte, drei neue Spieler gebracht hat, dass wenn wir gegen dynamische Mannschaften spielen, die vorne dynamisch spielen mit ihren drei Stürmern, dass wir uns aus den Positionen haben ziehen lassen. Das war eigentlich heute ganz gut, muss ich sagen, weil wir haben relativ raumorientiert verteidigt. Anders wärst du komplett untergegangen. Aber man hat gemerkt, dass Pauli schon so die Oberhand hat. Die hatten die Spielkontrolle, die sind eingespielt. Das hast du von Anfang an gemerkt. Und in der neunten Minute gab es dann auch die erste richtige Chance für St. Pauli. Schnittstellenpass und dann flach in die Mitte gespielt, aber knapp verpasst. Ich weiß gar nicht mehr, wer da vorbeigerutscht ist. Ich glaube, Elias Saad war es. Elias Saad sowieso, muss man sagen, auch als Hertha-Fan. Eine überragende Leistung heute, wie viele Pauli-Spieler. Aber Saad war sehr, sehr auffällig. Zehnte Minute gab es dann einen Abschluss von Hartel, der auch wieder sehr, sehr stark war. Einer der Schlüsselspieler im zentralen Mittelfeld von St. Pauli drüber. Und ja, man hat es gesehen. Also St. Pauli hatte mehr Ballbesitz zu diesem Zeitpunkt, so nach 10, 15 Minuten. Sie hatten das dynamischere Spiel. Die Abläufe waren deutlich einstudierter. Es war ein blindes Verständnis. Du hast ganz, ganz oft gesehen, schon ab 15 Minuten, da weiß jeder, was er macht. Und das ist so ein Chaos, was von denen aber sehr einstudiert ist. Du hast da einen Saad, der geht nach links. Dann hast du rechts einen Aufholer, der geht in die Mitte. Eckgestein lässt sich fallen und jeder weiß, was der andere macht. Blindes Verständnis. Sehr, sehr schwer zu verteidigen. Wir haben versucht, gegenzuhalten. Aber ja, es hat sich eigentlich abgezeichnet, dass irgendwann das Gegentor fallen wird. Man kennt ja seine eigene Mannschaft auch. Man weiß, oh, jetzt ist eine Phase. Klar wäre es dann gut, dann mal in so einer Phase ein Tor zu erzielen. Aber man muss sagen, ich glaube, wir hatten auch die erste halbe Stunde gar keinen Abschluss, wenn ich ehrlich bin. Also müsste ich nochmal nachschauen. Ich habe ja jetzt nur die Stadionsicht, meine Notizen und auch das, was ich dann in den Highlights gesehen habe. Aber ich glaube, wir hatten gar keinen Abschluss. In der 15-Minute haben wir dann mal eine Ecke uns rausgeholt durch Fabi Reze. Die sollte kurz gespielt werden. Auch das wieder mega gut abgefangen von St. Pauli. Das war aber auch von uns wirklich schlafmützig einfach gemacht. Wenn du dann schon mal eine Ecke hast, dann könntest du halt genau in so einer Situation dann vielleicht mal ein Tor machen. War dann schlafmützig. Gab es eine richtig gute Umschaltgelegenheit für St. Pauli. Da können wir froh sein, dass Kempf so gut verteidigt hat. So eine gute Antizipation hat, ein gutes Stellungsspiel. Wenn er den Ball da nicht kriegt an der Mittellinie, dann ist es wahrscheinlich 2 gegen 2 und die rennen auf unser Tor zu. Also das war gut verteidigt. Ja, und dann kam die 25. 26. Minute. Elias Saad läuft quer vorm Strafraum, spielt tief zu Eggestein und der dreht sich. Sieht eigentlich nicht so mega dynamisch aus, muss ich sagen. Also im Stadion sah es eigentlich aus, als ob er sich gedreht hat. Ja, wie so ein LKW. Aber es war anscheinend doch sehr stark gemacht. Ich habe es mir danach nochmal in eine Wiederholung reingezogen. Dreht sich um Kempf herum, schließt ab. Eigentlich hält den Tiag Ernst noch richtig stark. Kommt er halt nur noch so ran, dass er ihn nach vorne klatschen lassen kann. Und dann schaltet halt leider Eggestein auch früher. Aber da muss man sagen, ja, vielleicht kann Kempf da enger dran sein. Und vor allem muss Kempf auch früher schalten bei dem Nachschuss. Nicht wie Eggestein. Aber das war auch vorher dann schon zu passiv. Also wir haben es einigermaßen gut gemacht gegen wirklich super eingestellte St. Paulianer. Aber es war dann auch nicht aggressiv genug einfach gegen den Ball. Sodass wir es den St. Pauli-Spielern wirklich schwer gemacht haben. Die einzigen Situationen, die wir dann mal für uns hatten, waren eigentlich auch Einzelsituationen. Also wir sind nie zu spielerischen Lösungen gekommen. Karbovnik, der immer mal wieder Schwierigkeiten damit hatte, die Tiefe zu verteidigen. Also auch vom Stellungsspiel her. Auf seiner Seite war ja auch Elia Saad. Deswegen dachte ich ja auch, könnte vielleicht Kenny spielen. Weil klar, im Spielaufbau bringt uns das natürlich ein Element mit. Wenn du links einen Dudziak und rechts einen Karbovnik hast, die sehr zentral sich orientieren im Spielaufbau und sehr, sehr offensiv auch spielen. Aber gerade Karbovnik hat halt wirklich Probleme bei der Absicherung nach hinten. Und erst recht mit so einem dynamischen Saad, der immer wieder woanders positioniert ist. Aber nach vorne war Karbovnik gut, hat ein super Dribbling gemacht, sich gegen drei, vier Leute durchgesetzt. Dann im Strafraum geflankt auf Previak, der dann als Zehner, zweite Spitze agiert hat und dann auf den zweiten Pfosten gelauert hat und Kopfballchance bekommt. Das war dann unser erster Abschluss, glaube ich. In der 32-Minute war dann aber direkt auf den Mann. In der 33-Minute gab es dann schon wieder eine Chance für St. Pauli. Gab es aber eine Monstergrätsche von Leistner. Das macht er sehr, sehr clever. Leistner sieht auch immer wieder, dass er, er bringt halt das Tempo nicht mit, aber er weiß, was er da machen muss, nämlich seinen Körper reinstellen. Das war sehr, sehr stark und clever gemacht. Und dann kam die 38. Minute und da gab es Elfmeter. Dennis Aytekin, der das Spiel geleitet hat, zeigt auf den Punkt, ich glaube, Eggestein war es, der von Buchalakis gefoult wurde. Und ich muss sagen, so in der ersten Bewegung war es für mich ein klares Foulspiel, weil zum einen kam Buchalakis zu spät und auch dieser Bewegungsablauf von Eggestein sah so aus, als ob er ihn halt am Schienenbein oder so getroffen hat. Es sah auch nicht aus, als ob er mega abgehoben ist. Und dann habe ich mir aber die Zeitlupen nochmal ein paar Mal angeguckt und die Schwierigkeit war, da überhaupt einen Kontakt zu erkennen. Ich denke aber schon, dass da ein Kontakt war, weil er halt nicht abhebt, sondern er fällt halt so, wie man fällt, wenn man da getroffen wird, muss ich sagen. Video Assistant Referee sagt aber, ja, ist da überhaupt ein Kontakt? Guck es dir nochmal an, Dennis Aby Aytekin, der geht dann raus zur VAR Area, guckt es sich an und hat es anscheinend befunden für nicht Elfmeter würdig, muss man schon sagen, auch ein bisschen Glück. Buchalak ist da einfach zu langsam in dieser Situation, wie auch öfter mal in dem Spiel. Ja, ich kann den Kontakt auch nicht erkennen. Wenn es einen Kontakt gibt, ist er sehr gering, ist er ursächlich für den Sturz. Das ist halt immer die Frage. Wir hatten ja letzte Woche genau das Gegenbeispiel, wo Tabakovic am Schienenbein getroffen wird und sehr stark abhebt und den Elfmeter rausholt, wo er getroffen wird. Aber es ist halt auch die Frage, muss er da so stürzen? Und jetzt hatten wir das Gleiche oder etwas Ähnliches mit Buchalak ist, auch wenn man es nicht ganz vergleichen kann, weil man den Kontakt halt nicht perfekt sieht auf den Kamerabildern. Aber ich würde schon mal sagen, auch mit Hertha-Brille, dass wir da ein bisschen Schwein gehabt haben. Auch ein 2-0 wäre zu dem Zeitpunkt nicht unverdient gewesen. Ja, 43. Minute, dann nochmal eine Chance für uns. Karbovnik nach vorne, spielt auf Previac, zweiter Abschluss von Previac. Ich glaube, es war auch der zweite Abschluss von Hertha aus der Drehung drüber. Dann können wir aber sagen, wir können trotzdem froh sein, dass wir vor der Pause nur mit 0-1 in die Pause gehen, weil Saad hatte nochmal eine Chance. Hat sich gegen Karbovnik, glaube ich, durchgesetzt, auf dem Flügel und Rückraum auf Eggestein gespielt, der dann das Ziel verfehlt. Und dann gab es nochmal eine große Chance für Saad, der wirklich ultraaktiv war. Kurzer Pfosten, ich glaube, er trifft sogar noch den Außenpfosten, dann aber nicht im Tor. Und dann geht es in die Pause. Und man muss sagen, in der ersten Halbzeit, ja, war Rasenschach. Wir haben es versucht mitzuhalten, aber St. Pauli war die deutlich bessere Mannschaft. Und wir hätten uns auch nicht über ein 2-0 beschweren können, vielleicht nicht mal über ein 3-0. Also es war jetzt nicht so, dass St. Pauli eine Chance nach der anderen hatte, aber die waren einfach auf dem gesamten Feld deutlich überlegen, muss man einfach so sagen. Und wir hatten auch keine Mittel dagegen. Ja, gehen wir mit 1-0 in die Pause. Man hat schon erwartet, dass Pauli da ein bisschen was umstellt, weil es hat einfach nicht ausgereicht, muss man so sagen. In der Pause wurde dann auch gewechselt. Es kam, ich hätte eigentlich erwartet, ein Benze kommt, auch wenn Previak die zwei Chancen hatte, so als Verbindungsspieler. Aber es kam Gustav Christensen für Marten Winkler, der auch ein sehr schwaches Spiel gemacht hat. Er hat nur zehn Ballkontakte gehabt. Natürlich, er wurde auch nicht in Szene gesetzt, aber das war nicht sein Abend. Und ja, kommen wir eigentlich besser aus der Pause. Gerade auch gegen den Ball sind wir bissiger, griffiger, muss man sagen, machen es den St. Paulianern ein bisschen schwerer. Trotzdem gab es in der 49. Minute direkt wieder eine Riesenchance für Saad. Ganz, ganz knapp am linken Pfosten vorbei. Haben wir schon wieder echt Glück gehabt. Dann in der 60. Minute, ich habe es immer noch nicht gesehen, weil es in der Wiederholung nicht nochmal gezeigt wurde. Da hatte Tiag Ernst einen riesen Klopps drin. Irgendjemand, ich weiß nicht, ob es Kempf, Leissner oder wer auch immer war, hat er aber wirklich sehr, sehr gut geklärt. Das war, ja, jetzt kann man sagen, das Spiel ist zu riskant da hinten rum. Aber das ist ja das moderne Aufbauspiel, wenn du es spielerisch lösen willst hinten. Und dann kam in der 60. Minute Bilal Hussein für Dudziak. Da musste ich mich erstmal ein bisschen orientieren. Was machen wir denn jetzt? Bilal Hussein für Dudziak, den ich eigentlich auch nicht so schlecht fand. Dann haben wir umgestellt auf Dreierkette. Linker Innenverteidiger, Marton Dardai. In der Mitte war, glaube ich, Leissner. Nee, in der Mitte war Kempf. Und rechter Innenverteidiger war dann Leissner. Linke Schiene, Rehse. Rechte Schiene, Gustav Christensen. Fand ich einen guten Kniff. Hat auch irgendwie Wirkung gezeigt. Fand ich jetzt keine schlechte Idee. Trotzdem kam St. Pauli zu den gefährlicheren Torchancen. 64. Minute Fehlpass von Bilal Hussein, der leider einige Fehlpässe mit drin hatte. Eggestein, Schlenzer. Ich weiß nicht, ob er die Latte noch geküsst hat, aber ganz, ganz knapp über das Tor. Haben wir auch wieder Glück gehabt. Dann haben wir 66. Minute. Kempf rutscht vorbei. Marton klärt noch in der letzten Sekunde. Und dann, es hat sich einfach abgezeichnet. Mit 74. Minute Hartel war es, glaube ich, mit dem Kopfball, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. An die Latte und aus der gleichen Spielsituation, wir kriegen es nicht geklärt. Zu wenig Druck auf dem Flankengeber. Ich glaube, es war vor Lejan. Hartel kommt wieder zum Kopfball. Da stimmt aber auch die Zuordnung nicht. Klar, Dreierkette haben wir jetzt nicht oft gespielt. Aber Marcel Hartel, keine Ahnung, wie groß ist der? 1,78 oder so. Der kann nicht im Strafraum gegen drei Innenverteidiger zum Kopfball kommen. Kriegt wieder die Chance. 1,76 ist er sogar nur. Kriegt wieder die Chance. Ist jetzt wirklich auch kein Kopfballspieler. Aber knallt dann den Ball unter die Latte. Tor 2-0 und auch verdient, muss man sagen. Dann haben wir uns aber nochmal zurückgekämpft. Und unter anderem durch einen Abschluss von Reese, der gut war, aber auch nicht so, dass man sagen könnte, ja, der könnte reingehen, den muss den Torwart auch halten, wehrt ihn zur Ecke ab. Und dann 83. Minute, Bucher Larkes, der auch viele Fehlpässe drin hatte mit mal einer sehr guten Pressingsituation. Also die Hamburger St. Pauli, die haben halt hinten raus wirklich unfassbar souverän auch gespielt. Immer wieder mal sind sie auf den Ball getreten, weil sie abwarten wollten, bis Hertha presst, damit man die erste Linie überspielen kann. Torwart eingebunden und so weiter. Das war unfassbar sicher. Aber in dem Moment war es eben mal nicht sicher. Das ist halt das Risikoreiche bei der Spielweise. Haben wir auch bei Tiag Ernst gesehen, wenn du den Torwart mit einbindest. Und dann hat Bucher Larkes wirklich mal super nach vorne gepresst. Kommt ins Strafraum rein, legt zurück auf Schernd. Der macht noch einen Haken und schließt dann in die kurze Ecke ab zum 2-1. Und dann war auch wieder richtig Stimmung in der Bude, muss man sagen. Dann haben auch neben der Ostkurve noch weitere Blöcke mitgemacht. Hertha hat alles nach vorne geworfen. Ich erinnere mich auch noch an so eine Szene. Ich dachte erst, es wäre Gustav Christensen. Wo Leistner mit diesem alten Bauern-Trick links vorbeilegen, rechts vorbeigehen, auf der Flügelposition. Ich weiß gar nicht mehr an wem. An einem Spieler von St. Pauli vorbeigegangen ist. Wir haben alles nach vorne geworfen. Wir haben alles gegeben. Torwart war am Ende mit vorne. Aber es hat einfach nicht gereicht. Und es wäre auch nicht verdient gewesen. Klar würde man sich freuen, wenn man noch einen 2-2 mitnimmt. Aber es wäre tatsächlich nicht verdient gewesen. Wir können uns ja mal die Statistiken angucken. Aber das war, muss man einfach sagen, mehr als das 2-1. Es war, ich will jetzt nicht sagen Klassenunterschied, aber es hat uns nochmal eingenordet. Wir hatten 10 Abschlüsse, die St. Paulianer 25. Laufleistung war bei beiden wahnsinnig gut. 122 Kilometer bei uns. Obwohl wir meistens auch hinterhergerannt sind, muss man sagen. 126 Kilometer bei St. Pauli. Passquote war heute nicht mal so schlecht bei uns. 80 Prozent bei uns, 83 Prozent bei St. Pauli. Die ja im Schnitt auch die beste Passquote der Liga haben. Kann man auch vielleicht mal dazu sagen. Flanken 15 zu 11. Ballbesitz 48 zu 52. Und das eben in einem Auswärtsspiel von St. Pauli. Zweikampfquote auch relativ ausgeglichen. 51 zu 49. Aber jeder, der das Spiel gesehen hat, der weiß, dass St. Pauli da schon deutlich überlegen war. Auch in diesem taktischen Bereich. Also da hatten wir dann, Pauli hatte alles versucht, auch mit seinem Trainerteam. Aber da hatten wir dann einfach keine Mittel gegen. Muss man einfach so sagen. Und das war jetzt mal ein Härtegrad. Natürlich habe auch ich geträumt. Und ich finde auch den Kader weiterhin gut genug, um damit um die Top 3 zu spielen. Aber ich glaube, da sind wir mal auf dem Boden der Tatsachen geholt worden, wo wir denn wirklich stehen. Denn St. Pauli, die für meine Begriffe, und das ist auch wirklich gar nicht despektierlich gemeint, aber von der individuellen Klasse jetzt auch keine überragenden Spieler haben, für meine Begriffe von der individuellen Klasse vielleicht so oberes Tabellendrittel sind. Mehr aber auch nicht. Also ich würde jetzt nicht zu den Top 3 oder Top 5 zählen. Aber die Mannschaft ist unfassbar gut. Der Trainer ist unfassbar gut. Ich bin mir sicher, dass Fabi Hürzler so einen ähnlichen Weg gehen könnte wie Julian Nagelsmann. Der hat ja auch einen unfassbaren Punkteschnitt von über 2,2 schon vorher gehabt. Jetzt ist er nochmal deutlich besser nach dem Sieg gegen Hertha. Wir sind jetzt auch Erster im Übrigen in der zweiten Liga. Und ja, kommen wir mal zu den Benotungen unserer Spieler. Ich fand Jack Ernst gut im Tor. Ich mag es, dass er immer wieder eingebunden wird. Das wird auch immer mal wieder vorkommen, gerade bei einem jungen Keeper, dass er auch mal einen Klops drin hat oder dass im Spielaufbau mal was nicht funktioniert. Aber ich finde, er bringt eine unfassbare Ruhe mit, wenn du ihn einbindest ins Spiel. Dieser eine Fehler darf ihm natürlich nicht passieren. Da kann auch ein Gegentor daraus resultieren. Aber da hat man ja auch wieder gesehen in der Szene, dass es eine Mannschaft ist. Er macht den Fehler und es wird direkt wieder ausgebügelt, auch wenn ich jetzt nicht weiß, von wem es war. Aber das ist ein Mannschaftsgefüge. Trotzdem fand ich Jack Ernst gut. Er hat zwei, drei Sachen gut gehalten. Vor allem auch bei dem ersten Schuss von Eggestein super reagiert. An den Gegentoren hat er für meine Begriffe keine Schuld. Hatte diesen einen Lapsus drin. Ich würde ihm eine glatte 3 geben. Karbovnik, den ich in Kiel so schlecht fand, muss ich einfach mal sagen. Wieder auf der rechten Außenverteidigerposition in der Viererkette. Vorne war er, muss man wirklich sagen, unsere einzige Attraktion in der ersten Hälfte. Hinten, gerade mit Elias Saad, auch vom Positionsspiel, von der tiefen Absicherung, finde ich Karbovnik wirklich schwierig. Das ist halt, was du bekommst. Entweder du stellst Kenny auf, der ist defensiv deutlich stärker. Oder halt ein Karbovnik, der im Spielaufbau und auch in den 1 gegen 1 Situationen besser ist. Also Karbovnik, Licht und Schatten, würde ich sagen, bis zu seiner Auswechslung. Fand ich aber noch mit am gefährlichsten nach vorne, gerade in der ersten Halbzeit, die wir einfach verpennt haben, auch vom Körperlichen her, würde ich defensiv eine 5 geben. Offensiv eine 2 ist eine 3 bis 3,5. Tony Leistner, ja, Tony Leistner fand ich eigentlich ziemlich gut wieder, muss ich sagen. Klar, der bringt nicht das Tempo mit und auch der wird seine Fehler gemacht haben. Aber diese 1 gegen 1 Duelle, selbst wenn Spieler schneller sind als er, die zieht er einfach für sich. Der haut auch alles rein. Wie gesagt, diese eine Aktion, wo ich erst dachte, es wäre Gustav Christensen, auch wieder toll gemacht. Also du kannst ihm leistungstechnisch einfach nichts vorwerfen, würde ich eine 2,5 geben. Marc-Oliver Kempf, tja, diese eine Aktion, wo wir die Ecke haben in der 15 Minute, die klärt er wahnsinnig gut mit seiner Erfahrung und Antizipation. Er hatte auch wieder 3, 4 Aktionen, wo er echt gut nach vorne den Spielaufbau mit dem Ball am Fuß betrieben hat, wo dann aber, nachdem er den Pass gespielt hat, wieder nach hinten gespielt wurde, sodass es ein bisschen im Keim erstickt wurde. Was aber auch nicht daran lag, dass wir nicht mutig genug waren, sondern dass Pauli halt auch die Räume unfassbar gut zugestellt hat. Also ich will heute nicht mal davon sprechen, dass wir, ich habe irgendwie bei Insta gelesen, Angsthasenfußball und so weiter, ja, dann muss man das sich mal aus analytischer Sicht so ein bisschen angucken. St. Pauli hat das so stark gemacht, diese Raumaufteilung, diese Positionierung ohne Ball, ballnahe Spieler, ballferne Spieler, es war so gut, es war so schwer für Hertha da durchzukommen, da haben wir keine Lösung gefunden. Kempf fand ich dennoch schwächer als Leistner, auch wenn er ein paar richtig gute Aktionen dabei hatte, aber beim Gegentor, ich würde jetzt nicht sagen, dass er daran schuld ist, da haben wir generell zu wenig Druck auf den Ball bekommen, aber ich finde, er ist da trotzdem zu schlafmützig, weil wenn er da, ja gut, wenn er da schneller schaltet, ist immer einfach gesagt, aber ich würde ihn ein bisschen schlechter als Leistner bewerten, würde ich vielleicht eine 3 oder 3,5 geben. Jeremy Dudziak fand ich eigentlich nicht schlecht, hatte auch defensiv ein, zwei gute Aktionen, ich erinnere mich an so eine Grätsche, die er wirklich sehr fair gemacht hat und die auch echt essentiell war, weil es da sonst eine 3 gegen 3 Situation gegeben hätte, der hatte auch versucht, das Spiel schnell nach vorne zu betreiben, war aber relativ unauffällig, wurde er dann später auch ausgewechselt, ja, war aber nicht schlecht, würde ich eine 3 bis 3,5 geben. Andreas Buchalakis, schwierig zu bewerten, aus meiner Fällen Sicht, was ich an ihm mag, ist halt wirklich, dass er diese langen Bälle spielt, also der bekommt den Ball und das, was man sich früher immer so gedacht hat, wenn dann, er bekommt den Ball auf der halbrechten Position im Spielaufbau, wenn er diesen Dreieraufbau mit den beiden Innenverteidigern macht und links steht zum Beispiel Rehse positioniert hinter dem Außenverteidiger von St. Pauli, dann erahnt er das schon, bevor er den Ball hat und will den langen Diagonalball da hinspielen, kam leider zu selten heute an, aber er versucht es zumindest und ja, hat da auch ein paar Fehler mit drin, aber hat auch das Tor erzwungen durch ein sehr, sehr gutes Pressing. Mir gefällt seine Spielweise, ich mag ihn auf dem Feld, heute war ja wohl auch der griechische Nationaltrainer da, der ihn und Salijakas von St. Pauli beobachtet hat. Ich fand es kein schlechtes Spiel von ihm, muss ich eigentlich ehrlich sagen, würde ich die gleiche Note geben wie Leistner, Leistner, er ist jetzt auch kein Typ, der für die Schnittstellenpässe verantwortlich ist, sondern doch eher für den Spielaufbau, würde ich eine 3 oder vielleicht sogar wie Toni Leistner eine 2,5 geben. Marton Dardai war kein schlechtes Spiel, war aber auch nicht überragend, hat viel versucht, es gab auch 2-3 Mal wirklich gute Dreiecksbildung oder so, aber fand ich dann im Verhältnis zu Bucherlarkes unauffälliger, sagen wir es mal so, würde ich eine 3,5 geben. Marten Winkler leider überhaupt nicht im Spiel, obwohl sogar Karbovnik ja derjenige war, der, wenn was ging, über rechts mit Dribblings überzeugt hat, gerade im Offensivspiel. Winkler, wie gesagt, 10 Ballkontakte in 45 Minuten, das ist einfach zu wenig, da muss er sich auch mehr anbieten, aber er ist ein junger Spieler, ich freue mich über seine Entwicklung, will ich jetzt gar nicht nachtreten, aber war einfach kein gutes Spiel von ihm, würde ich eine 5 geben. Smile, das ist vielleicht auch ein bisschen hart, wenn ich den anderen Spielern so eine Noten gebe, sagen wir mal 4,5. Smile Previak, ja, ist für mich halt einfach kein Zehner, hat aber trotzdem wieder seine Aktionen gehabt, gerade wenn Tabakovic vorne drin war, hat er versucht, wie so eine Art hängende Spitze nachzurücken, hatte die einzigen Chancen, die wir hatten in der ersten Halbzeit, waren von Smile Previak, deswegen würde ich ihn ja auch nicht zu schlecht bewerten, würde ich vielleicht eine 3,5 geben, aber kamen dann doch zu wenig, weil wenn St. Pauli eine Schwäche hat, dann sind es diese Schnittstellenpässe zwischen die Abwehr oder Chipbälle und das muss dann halt aus der zentralen Mittelfeldposition kommen, damit halt Rehse und Winkler einlaufen können, kam für mich zu wenig und das Bindeglied war auch nicht da, was aber auch wieder damit zu tun hatte, dass es St. Pauli defensiv so krass gut gemacht hat. Rehse viel gegeben, ich habe immer das Gefühl, dass er in der zweiten Halbzeit manchmal so ein bisschen abbaut und irgendwie nicht mehr diese Spritzigkeit mitbringt, was vielleicht auch normal ist, aber wo ich mich immer frage, ist er dann zu ausgepowert vielleicht schon, weil er in der ersten Halbzeit alles gibt, fand ich deutlich besser als Winkler, aber auch nicht wirklich gut. Ich denke mal, der Kicker wird ihm eine 4,5 oder 4 geben, hatte auch einen Abschluss mit dabei, hat am Ende, was mir, was ich, ich liebe Fabian Rehse sehr, alleine wie er die Kurve am Ende immer noch aufscheucht, war auch bei vielen Offensivaktionen dann beteiligt, auch bei Flanken und so weiter, aber würde ich vielleicht eine 3,5 geben wie Marto, oder er und Marto und Dardai würde ich vielleicht beiden eine 4 geben. Haris Tabakovic, undankbares Spiel für ihn, ich weiß gar nicht, hatte der überhaupt einen Abschluss, kann mich eigentlich nicht daran erinnern, konnte nicht in Szene gesetzt werden, wir sind eigentlich mit dem Ball nicht mal bis zu ihm gekommen, dass er Bälle festmachen konnte, ja, war ein unglückliches Spiel für den Neuner, kannst du wahrscheinlich hinstellen, wen du willst, war ein bisschen so wie die Erstligaspiele letztes Jahr mit Konga, lag dann nicht an Tabakovic, oder manchmal vielleicht auch nicht an Konga letztes Jahr, keine Chance, da Bälle festzumachen oder zu verteilen, unauffälliges Spiel, muss man einfach sagen, bis zu seiner Auswechslung würde ich auch eine 4 geben, was keine schlechte Note ist. Gustav Christensen, den ich ja sehr schätze und der für mich ein Riesentalent ist und weiterhin Spielzeit bekommen soll, aber es war gar kein Spiel von ihm, ich kann mich erinnern, wenn ich es richtig im Blick habe, dass er den Ball verloren hat, als Hartel den ersten Kopfball gegen die Latte setzt, er hat beim 2-0 beim Kopfball, bei Hartel ist er auch zu weit weg, ich weiß jetzt auch nicht, ob er die Schienenpositionen so gewohnt ist, weil da muss er natürlich auch defensiver denken, als nur offensiv, Rehse kennt das natürlich noch von Holstein Kiel, ob das ein Gustav Christensen kennt, weiß ich nicht, aber auch offensiv hat er nicht die Durchschlagskraft gehabt, die man von ihm kennt, hat zwei, drei gute Dribblings gehabt, aber der letzte Pass oder die letzte Flanke hat dann einfach nicht funktioniert, war leider kein gutes Spiel von ihm, würde ich ihm auch eine 4,5 geben. Bilal Hüsse ihn kam rein, auch schwierig zu bewerten, weil er hat viel versucht, er ist ein Spieler, das gefällt mir eigentlich von der Anlage, wenn er einen Ball bekommt, versucht er den direkt vertikal tief zu spielen, waren viele Fehlpässe dabei, was aber auch wieder an der guten Raumaufteilung von Pauli lag, und dass wir keine Ideen hatten, auch was unsere Laufwege anging, das war dann einfach zu einfach oder eindimensional, viele Fehlpässe mit dabei, wo es dann auch in Umschaltsituationen für St. Pauli ging, aber er hat es wenigstens versucht, nach vorne zu spielen, also es war schon der richtige Wechsel, aber würde ich auch noch eine 4 geben, oder 4,5. Benzedaday auch leider eher so wie im Spiel gegen Braunschweig relativ unauffällig, immer in 18 Ballberührungen in 19 Minuten, also schon mal fast doppelt so viel wie Winkler, auch auf einer zentraleren Position natürlich, aber leider hätte ich mir gewünscht, nicht ansatzweise so gut wie gegen Holstein Kiel, wo er das Spiel ja eigentlich mitgedreht hat, würde ich eine 4 geben. Derry Scherhund hat viel Aktivität mit reingebracht, hat ein Tor gemacht, hatte aber auch wieder 2, 3 Situationen, wo er vielleicht zu egoistisch ist, finde ich, sah zumindest im Stadion so aus, aber er ist halt auch ein Stürmer, er will selber Tore machen, aber das hatte ich letzte Woche bei ihm auch schon gesehen, aber sein Tor war super gemacht, und er hat auf jeden Fall Schwung mit vorne reingebracht, deswegen würde ich ihm eine 2,5 geben und Florian Niederlechner, der dann in der 80. Minute kam für Tabakowitsch, ist für mich zu kurz im Spiel, um da eine Bewertung abzugeben. Alles in allem kann man sagen, das war jetzt ein Reifetest, nachdem ich natürlich auch auf Wolke 7 geschwebt habe, zwei Siege in Folge, drei Siege haben wir das letzte Mal in Folge gehabt, vor vier Jahren, glaube ich, 2019, aber das war jetzt der Gradmesser, und da muss man sagen, St. Pauli war da einfach eine Klasse besser, vielleicht nicht eine Liga besser, aber eine Klasse besser, großes Lob an Fabi Hürzeler, also diese Spielweise, wenn man das dann nochmal im Stadion live sieht, ich habe mir ja viel von ihnen angeguckt, die haben auch wieder viel gleich gemacht wie sonst, aber diese Spielweise ist echt unfassbar stark, und es gab so viele Situationen, wo St. Pauli dann den letzten Pass nicht richtig gespielt hat, oder so, wo dann manchmal auch vielleicht die individuelle Qualität gefehlt hat, wo ich mir so denke, ey, was passiert eigentlich, wenn Fabi Hürzeler so eine Mannschaft trainieren würde, von einer individuellen Klasse, wie Bayer Leverkusen oder so, wer weiß, was passiert, Schwabio Alonso ja sowieso anscheinend schon bei Real Madrid im Gespräch, aber Fabi Hürzeler mit seinen 31 Jahren, unfassbar guter Trainer, die Mannschaft unfassbar eingestellt, jeder weiß, was der andere macht, ob das beim Passspiel ist, ob es bei den Laufwegen ist, ob es im Defensivverbund ist, großes Lob, und für uns einfach eine Nummer zu groß, muss man einfach so sagen, muss man akzeptieren, in der Pal-Dadai-Voice, müsse akzeptiere, ist dann einfach so, was ich aber toll fand, und nicht, weil ich jetzt alles schönreden will, was ich toll fand, das erste Halbzeit war verschlafen, hat Pal-Dadai in der PK auch selber gesagt, aber, dass so eine Leistung auch honoriert wird, weil du kannst auf diese Spieler irgendwie nicht sauer sein, die haben am Ende alles reingeworfen, und es gab dann, die lagen dann alle am Boden nach dem Abpfiff, nach der Nachspielzeit, und es wurde applaudiert, die haben dann wieder ihre Runde gemacht, wie sie es ja jetzt immer wieder machen, wie früher, was ich auch gut finde, und es gab wirklich noch eine gute Feier danach, ohne jetzt zu sagen, es ist alles geil, aber, dass man quasi wertschätzt, was die Mannschaft geleistet hat, also die Zuschauer haben dafür, oder unsere Hertha-Fans haben dafür auch ein super Gespür, und das ist das, was im Moment Spaß macht, du bist bei Hertha, und du hast das Gefühl, ja, es klappt nicht alles, und wahrscheinlich sind wir dann doch weiter weg, vom Aufstieg, als ich es mir wünschen würde, aber, du hast das Gefühl, die, die da auf dem Platz sind, selbst wenn nicht alles klappt, selbst wenn eine Mannschaft von St. Pauli, da deutlich besser ist in einem Spiel, die geben aber alles, du kannst dich mit denen identifizieren, und das merkt auch das Publikum, und es macht einfach Spaß, zu Hertha zu gehen, auch wenn ich natürlich enttäuscht bin, dass wir heute verloren haben, aber, vielleicht versteht ihr, was ich meine, wenn ihr selber im Stadion wart, ja, St. Pauli jetzt auf Platz 1, vor dem HSV, aber punktgleich, ein Tor, bessere Tordifferenz, weiterhin ungeschlagen, vier Spiele, äh, acht Spiele, vier Siege, vier Unentschieden, plus acht Tore, ich glaube, weiterhin die wenigsten Gegentore der Liga, tatsächlich, mit fünf Gegentoren, ähm, Hertha jetzt auf Platz 11, mit neun Punkten, ja, sind sechs Punkte Rückstand, auf Hannover, muss man sich jetzt trotzdem, tendenziell erstmal nach unten orientieren, denn Schalke, die gestern, auch völlig verdient, in Paderborn mit 3 zu 1 verloren haben, mit Interims-Coach, Matthias, äh, Kreuzer, sind auf Platz 16, Relegationsplatz, mit sieben Punkten, also nur zwei Punkte hinter uns, mit einer deutlich schlechteren Tordifferenz, aber das ist unser kommender Gegner. Und da muss man dann schon sagen, wir haben bisher, gegen die, ja, gegen die beiden Hamburger Mannschaften, schon Lehrgeld bezahlt, die waren deutlich besser als wir, wenn gleich die individuelle Qualität, vielleicht nicht zwangsläufig schlechter bei uns ist, als bei St. Pauli, im Gegenteil, würde ich eher sagen, vielleicht sogar besser, aber da hatten wir einfach keine Chance, muss man so ehrlich sein. Und jetzt muss gegen Schalke, die ja auch abgestiegen sind und wo auch mega Unruhe herrscht und wo gesagt wurde, Trainer wird jetzt erstmal nicht gewechselt vor dem nächsten Spiel, heißt aber auch nichts bei Schalke, weil erst haben sie gesagt, Thomas Reis bleibt oder es ändert sich nichts, hat der Hechelmann im Interview gesagt und dann wurde Thomas Reis doch entlassen, aber wenn jetzt der Trainer-Effekt kommt, wäre es natürlich scheiße. Wir spielen nächste Woche auswärts auf Schalke am Sonntag, auch wieder alles ausverkauft vom Auswärtsblock, mega stark von jedem, der da hinfährt, ist ja auch nicht gerade um die Ecke. Schalke hat zwei Punkte weniger als wir, wenn sie gewinnen würden, wären sie vor uns. Das darf auf gar keinen Fall passieren, also mindestens einen Punkt müssen wir da eigentlich schon holen. Letztes Mal haben wir da richtig Dresche bekommen, wo Sandro Schwarz dann auch entlassen wurde. Ja, also ich habe ein besseres Feeling als Platz 11, sagen wir es mal so, und als neun Punkte aus acht spielen als Absteiger, aber man darf es jetzt auch nicht zu positiv reden, weil da muss auch einfach mehr kommen. Ich finde, die individuelle Qualität ist da, da könnte auch mehr kommen. Vielleicht wird es ja noch, aber so ein Gegner wie Schalke sollte man jetzt nicht verlieren, damit man nicht wieder in so ein Negativstrudel gerät. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was ihr von dem Spiel gehalten habt. Ich würde jetzt nicht von Angsthasen-Fußball sprechen, ich würde eher sagen, wir waren da einfach unterlegen, vor allem auch taktisch, auch wenn Pahl nochmal umgestellt hat auf Dreierkette, was ich auch besser fand, zumindest in dem Spiel dann. Aber ja, schreibt gerne mal eure Meinung dazu rein, auch gerne eure Benotung, wenn ihr Bock habt. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich bin jetzt nicht ganz zufrieden, natürlich auch ein bisschen enttäuscht. Es war wieder wie so oft, viele Zuschauer kommen ins Olympiastadion und alles ist angerichtet und dann schafft man es nicht. Aber ich kann der Mannschaft einfach nicht böse sein. Die sollen sich weiterentwickeln, die sollen weitermachen. Es ist eine sehr sympathische Truppe und ich habe einfach gerade das Gefühl, dass bei Hertha viel zusammenwächst und das sollten wir genießen und das sollten wir nutzen als Fans auch. Und ja, dementsprechend wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Hau he! Und wir sehen uns Montag natürlich um 21.30 Uhr im Stream. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020